Willkommen zu einem weiteren Tutorial von mir. Muss ja auch mal wieder sein, so ein Tutorial. Und heute soll sich nicht alles um Sony Vegas Pro 12 drehen. Das ist ein professionelles Renderprogramm, auch das teuerste, was es gibt und das beste. Aber, ja, viele haben hiermit Schwierigkeiten. Kann ich vollkommen nachvollziehen, denn es hat so viele Funktionen, die einen nur verwirren, die man gar nicht alle braucht. Ich zumindest nicht als Let's Player. Und, ja, damit die Verwirrung bei euch auch aufhört, möchte ich euch das näher bringen. Ich habe mir auch damals einige Tutorials angeguckt und mich selbst reingefuchst. Alle haben nicht unbedingt geholfen, aber irgendwie habe ich mich dann doch hier reingefuchst. Fangt mal doch mal an. Erstmal braucht man natürlich eine neue Datei, ist klar. Denn wir wollen ja von ganz neuem anfangen. So, Breite ganz klar, 1920, 1080 Höhe. Sonst könnt ihr keinen 1080p rennen und das wäre echt nicht so schön. Denn, falls ihr auch auf YouTube was hochladen wollt, dann braucht ihr 1080p, denn das wirkt einfach professioneller, wenn ihr schon so ein Programm habt. was 1080p rendern kann, dann könnt ihr das auch nutzen. Finde ich vollkommen okay. So, Feldreihe voll ganz wichtig hier. Kein Progressive Scan. Das kann alles so bleiben. 1000 Quadrat, 0 Grad, Original Output Rotation. Framerate passt auch alles so. Also, das kann alles so bleiben. Hier auch 8 Bit. Aber hier, Renderqualität bei Vollauflöse. Ihr wollt das Beste rausholen, also optimal. Ich weiß nicht, wieso es hier Entwurf gibt, wenn man praktisch Bullshit rendern kann. Wofür? Wofür? Wenn man optimal machen kann. Also optimal. Denn ihr wollt ja keine Entwürfe aus engen Grund machen. Wofür man das auch immer braucht. Ich weiß nicht. Da die ja nach Gauss und kein De-Interlors-Verfahren, was es auch immer ist, braucht man nicht. So, das kann man machen, wenn man will. Hatte ich mal ganz gern gemacht, aber manchmal ist es nicht immer optimal. Also lasst es lieber weg. Ich benutze es jetzt auch nicht mehr. Habe ich anfangs ganz gern gemacht. So, ganz wichtig hier, alle neue Projekte mit den Einstellungen starten. Falls ihr immer mit den gleichen Einstellungen starten wollt, dann macht es so wie ich. Dann braucht ihr es immer wieder eingeben, denn das nervt auf Dauer. Aber ich habe es ja schon. Also weg damit. Audio. Nicht vergessen. Stereo oder Surround. Ja gut, das kann man machen, wie man will, aber ich bin für Stereo. Warum auch immer. Dann bitte, Iphe. 24, ganz wichtig. Und hier wieder optimal und nicht irgendwie nur Vorschau oder so. Ich weiß nicht, wofür das jetzt wirklich. Okay, dann kann es losgehen. Die erste Arbeit ist fertig. Dann noch die ganzen Projekte suchen. Ich habe natürlich hier schon vom Movie Maker gerenderte Videos von früher noch. Also das Programm ist tausendmal besser als Movie Maker. Vor allen Dingen bei Movie Maker kriegt man die Render ja nicht weg. Deswegen habe ich mir Sony Vegas Pro 12 geholt, damit die weggehen. Und das nervt eben halt. Ist jetzt alt, der Part. Das macht aber nichts. Schmeißen einfach noch einen dahinter. Ne, muss gar nicht sein. Falls ihr mehrere Stücke habt, wenn Fraps zum Beispiel aufgenommen hat, dann sind das ja immer alles verschiedene Stücke und die müssen ja zusammengerendert werden. Das ist der Sinn des Renders. Aus vielen großen Dateien eine kleinere machen. Und die schmeißt man da einfach alle da rein und klickt sie der Reihe nach an. So, dann klicken wir die mal an. Ich mache das jetzt nur an einer Datei. Das reicht vollkommen aus. Falls ihr noch eine habt, klickt sie auch an. Und dann kommt die direkt dahinter. Ist nicht so schwer, Leute. Ich habe mich da auch damals schwer getan mit. Nein, was soll's. Falls ihr nicht so wie ich die Stimme und den Ingame-Sound gleichzeitig aufnehmt und mit Outer City die Stimme aufnehmt, dann macht ihr einfach die Stimmdatei, wo ihr die Stimme aufgezeigt habt. Genau dahin, wo der Part auch anfängt. Denn das ist alles palettig. Ihr könnt auch abpassen hier, ob laut oder leise. Und ja, dann könnte man, wenn man wollte, noch eine Datei in PNG oder so einfügen. Das erscheint dann immer oben, falls ihr einen Banner oder so habt für euren Channel oder was weiß ich. Könnt man das da auch einfügen. Mach ich jetzt aber nicht, weil ich es nicht brauche. Ich will nur die wichtigsten Funktionen zeigen. Und das ist hiermit getan. Ich mache es auch immer ganz gern, dass ich das so erst einblenden lasse. Macht am besten sechs. Dann sieht man es am schönsten. Denn es ist nicht lange, also perfekt, wie ich finde. Sechs. Und hinten auch sechs. Ausblendung. Das finde ich echt schön. Bei der Stimme würde ich es allerdings nicht machen, weil dann könnte was verschluckt werden. Also belastet es bei dem Bild. Bild ausblenden, Bild einblenden. Muss man nicht, aber ich finde es cooler. So, jetzt kommt das Wichtigste, wie ich finde. Die schwarzen Ränder weg, Mann. Dazu klicke ich immer gerne auf engene Stelle mitten im Projekt. So, dann sieht man das nicht hier ganz gut drauf. So, und jetzt kann man hier mit arbeiten. Bild-Seiten-Verhältnis? Nein. Ganz wichtig. Das andere kann alles so bleiben. YouTube hat 16 zu 9. Deswegen 16 zu 9. So. So, dann kann man sich die Ränder jetzt nicht weg, Mann. Hier einfach mit einem Cursor auf diese, in der Mitte, auf diesen Punkt in der Mitte. Dann, zack. Den Rand weg. Den Rand weg. Kann man auch zoomen, denn es ist noch genauer. Mach ich jetzt nicht. Das ist nur Demonstrationen. So, nicht zu viel vom Bild. Ihr seht schon, das kann ganz eklig werden. Also, nur so viel, wie es soll. Bis der schwarze Rand nicht mehr zu sehen ist. So ist es perfekt. Das ist professionell. Kein schwarzer Rand. Nix. Perfekt. So, meine Freunde. Jetzt kann man die Tonqualität noch verbessern. Das habe ich in einem Tutorial mal gesehen. Jetzt fand ich richtig gut. Das benutze ich immer. Dazu geht man hier auf dieses Symbol. Unter Master. Und geht auf Equalization. Dann drückt man einfach OK. So, da habe ich das hier gespeichert. Let's play. So, das sind echt schöne Einstellungen. Die verbessern noch die Stimme und den Sound. Es wirkt echt viel besser. Irgendwie lebendiger. Es hat was. Probiert es mal so aus. Ich halte da große Stücke von. Ich mache jeden Part hier so. Es ist echt schön. Das Ergebnis kann man in der Tat ruhig bewundern. Bass. 4 Dezibel. Mitten 0,7 Dezibel. Hier Höhen 1,5 Dezibel. Und EQ Equalization 100%. Einfach aufs X. Schon ist abgespeichert. So, ganz wichtig. Weil der Cursor ist jetzt hier mitten im Projekt. Denn, falls ihr jetzt einfach auf Rendern drückt, dann rendert der ab dieser Stelle. Ist ganz schlimm. Deswegen, zum Anfang. So. Alles schwarz ist wegen der Einblendung. Alles Paletti. So, danach rendert man das Projekt. Rendern. Das dauert jetzt ein bisschen. Das macht ja nichts. Das liegt auch am Frips. Naja. Hier, was weiß ich. Let's show Sony Vegas. Kann man Titel eingeben. Pro 12. Oh. Ich und meine Rechtschreibung. Nein, Spaß. Ich schreibe halt schneller. So. Dann hat man den Titel. So. Und ich rendere immer mit. Windows Media Video. Nicht Audio. Wir wollen ja ein Video. Machen. Und da. HD natürlich. 1080p. Und 30p. Weiß weiß ich, was die 30p zu bedeuten haben. Ist aber besser als 25p mit 6,7 Megabit pro Sekunde. Ich weiß nicht, was das zu bedeuten hat. Ich bin kein Computerexperte, Leute. Aber es ist wirklich das Beste. Nehmt das. Fügt es zu den Favoriten hinzu. Dann könnt ihr es immer finden. So. Und Vorlage anpassen. Da kann man noch ein bisschen was ändern. Ich lasse es immer so, wie es ist. Weil sonst werden die Dateien sowas von groß. Wenn man die beste Qualität rausholen will, muss man hier. VBR Qualität. Aber nicht hier beim Sound. Sorry. Sondern hier. VBR Qualität. Und dann 100%. Aber ich habe das mal einmal gemacht. Dann habt ihr Dateien, die 5 Gigabyte groß sind. Also lasst es bleiben. Falls ihr nicht super gutes Internet habt, was schnell hochlädt. Aber ansonsten ist das die beste Möglichkeit, die beste Wahl hier. VBR Qualität. Naja. Jeden selbst überlassen. Hier passt alles. Das ist gut. Und dann kann man halt nicht schon losreden. Zack. Das dauert dann verdammt lange. Weil das Programm so professionell ist und die Arbeit echt super macht. Oder weil mein Computer zu schlecht ist. Kann sein. Kann auch nicht sein. Bei manchen anderen besseren Computern. Ist egal. Hier sieht man, wie lange der noch braucht. Wie viel schon rum ist. Und das ist eigentlich alles. Man könnte, wenn man will, noch ein paar Übergänge einfügen. Aber brauche ich jetzt nicht. Kann ich euch ja noch gerade zeigen. Hier abbrechen. Ansonsten wartet man, bis es fertig gerendert ist. Hier gibt es noch so Übergänge. Wartet mal. Das kann man hier machen. So Übergänge. Falls ihr zum Beispiel an einer Stelle nicht weiterkommt. Was weiß ich. Im Let's Play oder sowas. Und dann schneit ihr da wieder was rein. Oder was raus. Oder ihr sucht was. Und wenn ihr es dann gefunden habt. Dann macht einfach einen Übergang. Kann man sich da aussuchen. Hier. Und schwupp. Wie es da eingeblendet wird. Das kann man dann einfach nur einfügen. Irgendwo dazwischen machen. Ist jeden selbst überlassen. Wie man es macht. Was ich ganz schön finde. Ist zu Weihnachten auch. Ja. Wo war denn das? Hm. Sternförmige. Ja hier. Das sieht so ein bisschen aus wie eine Schneeflocke. Oder? Egal. Das ist halt alles. Sony Vegas Pro. Gar nicht so schwer. Oder? Wenn man es mal richtig erklärt bekommt. Ich hoffe ich konnte euch damit. Dieses durchaus professionelle. Aber auch super komplizierte. Renderprogramm. Näher bringen. Und. Viel Spaß beim Rendern. Ich habe mich auch da reinfuchsmüßig. Ich habe bestimmt 6 Stunden da ran gesessen. Und ihr könnt es jetzt einfach haben. Also Leute. Das sind die wichtigsten Funktionen. Die brauche ich nur. Falls ihr. Noch mehr Funktionen braucht. Was ich nicht glaube. Dann schaut irgendwie. Professionelles Tutorial oder so. Das kann ich euch dann auch nicht mehr erläutern. Aber das ist wirklich das Wichtigste. So macht ihr gute Videos. Und ja. Bis zum nächsten Tutorial. Oder Let's Play. Bis dann. Und ciao.